Ja, jeder Amerika-Tourist wird das kennen. Da gibt man ja dann ein Restaurant und dann, wenn dann die Rechnung präsentiert wird, kommt immer noch mal ein Aufschlag von 15, 20 Prozent für das Trinkgeld hinzu. Es ist hier eine große Debatte darüber in Brand, ob diese Trinkgeldbezahlung diskriminierend ist und ob man nicht eher ein Grundgehalt auch eben für den gastronomischen Sektor zahlen sollte. Und ich bin sehr froh, dass jetzt eine Begründerin hier zu haben. Netsinet, woher bist du eigentlich? Ich bin von Äthiopien. Und warum kamst du zu den USA? Für die Bildung, für die Schule. Und vielleicht auch, um ein bisschen Geld zu machen? Natürlich, definitiv. Und du arbeitest in einem Restaurant? Ich arbeite, ich arbeite in einem Biergarten. Okay. Und wie viel Geld bekommst du aus dem Biergarten als Geld? 35 Dollar pro Schiff. Und der Schiff ist wie lang? 7, 8 Hours. Okay. So, das bedeutet ungefähr 5 Dollar pro Stunde. Und wie viel Geld, mit einem Schiff, auf die Tipps machen? Auf der Grunde genommen wird es ungefähr 150, 140 Dollar pro Schiff. Aber hast du schon gehört, dass es eine Diskussion geht, um eine Basalary zu haben? Ja, wir haben. Und wir haben gehört von ein paar Restaurants, die haben es gemacht, ihre Servers zu geben, 15 Dollar pro Stunde. Und wir haben gesessen, und wir haben die Calculation gemacht. Und wir haben gedacht, wir machen mehr als die 15 Dollar, die sie offerten. Aber wie planst du? Denn du wirst nicht wirklich wissen, wie die Nacht geht. Das ist wahr. Aber wir dependen auf den Grunde genommen. Und ein paar Wochen können es langweilig sein. Ein paar Wochen können es sehr gut sein. Aber auf der Grunde haben wir eine Reihe, die wir hoffen, dass wir machen können. Aber du kannst nicht die Gesundheit bekommen, ich glaube. Nein. Nein. Also, was passiert, wenn du sickst? Ich meine, dann hast du nicht Geld, oder? Das ist wahr. Ja. Also, du musst zurück nach deinen Schiffen und inbauen. Wenn du Touristen kommst zu dem Ort, wo du arbeiten, wie das funktioniert? Weil viele von ihnen wahrscheinlich nicht so familiar sind mit 15 bis 20 Prozent. Das ist sehr wahr. Es ist ein Problem. Und wir versuchen mit unseren Managern zu sprechen. Können wir die 15 bis 20 Prozent? Und sie sagen, nein, du kannst das nicht tun. So, du bist einfach optimistisch und hoffe, dass sie tippen. Und wenn sie nicht, du zurückkriegst mit deinem Co-Worker. Aber, ja, du kannst mit ihr mitnehmen. Was ist die höchste Tipp du hast? Per Person? Per Table? Es war $100 für eine $100 Tab. Wow. Okay. So, sie wirklich sind glücklich mit deinem Service. Ja. Ich war sehr glücklich mit dem, ja. Ich hoffe so. Ich hoffe, sie waren. Ich hoffe, sie waren. Are you a good tipper yourself? I try to be, yes. Yes. I try to go the extra mile. Because there might be other customers who might not tip the server very well. So, I try to make up for it, at least. Is it an industry where you say, it's a good industry to work in? If you want fast money and you have other projects going on, yes, it's a good industry to be in. If you're a student, if you are an artist, yes. Okay. Thank you very much. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020